ja liebe leute herzlich willkommen zurück zu okay damit herzlich willkommen zurück zu let's play the division 2 heute mal wieder alleine weil die annie ist heute nicht am start die ist nämlich schon schlafen weil sie aus früh raus das heißt ich mache heute ein bisschen allein oder ich versuche es heute zumindest alleine ein bisschen zu machen ich kann natürlich nicht versprechen wie lange die folge wird wir müssen oder wir wollen die mission oder ich will die mission die baustein-gemeinschaft machen ja tun wir das doch machen wir das hier ja genau die annie ist schon schlafen die muss morgen früh raus ich mache noch ein bisschen weiter ich habe urlaub also ich kann halt noch ein bisschen was aufnehmen und ich mache das auch gerne ich bock nicht mehr da ist und müssen helfen kann oder unterstützen kann aber sie hat tatsächlich recht sie würde mich in dem moment nur mitziehen und hochziehen das ist halt das problem an der sache genau deswegen ja ich kann nicht verstehen dass ihr da keinen bock drauf hat und sondern lieber wartet bis ich dann auch oben bin und nicht nur wie ich zum beispiel im let's play zocke ich spiele mich nur im let's play ich spiele nicht privat hier mit dem spiel deswegen ja bin ich halt jetzt gerade so ein bisschen alleine da ist nur 19 ok leider käme da der ist nicht ohne ich habe das ich 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 na ja gut was möchte 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 ich da machen die baustellengemeinschaft das war der plan eigentlich an der sache die ganze zeit jetzt auch so richtig ja auch müsste eigentlich sein oder üblich so wie sie hier wo sollen und ja So, dann machen wir ihn. Ei, ei, ei! Ei, ei! Boah, dieser. so der ist tot oi 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 so die sind um ja 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 ich hacke ich hasse dich Ich hab... So, ein bisschen Mission müssen wir aber noch machen. Jetzt ist es halt bei einem Moment im Gegner nur weg. Ist auch gut. Warte mal, der steht hier. So, auch der ist weg. Boah, Gott sei Dank. So, das war mal eben ein bisschen, ne? Und wenn das heute irgendwas... Also ich weiß nicht, ob ich heute wirklich die komplette Zeit mitnehme. Wie ist die Lage? Oh. Warte mal, Feuchtegemeinschaft. Hier spricht John von der Community beim Finanzminister... Outcasts haben eine Siedlung in der Nähe des Finanzministeriums umsingelt. Gehen Sie da hin und helfen Sie ihnen. Nun, dann tun wir das doch mal. Halten Sie Augen und Ohren offen. In dem Gebiet sind viele Outcasts unterwegs und eine Siedlung dort braucht ihre Hilfe. Dann müssen wir hier hoch, oder was? Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss immer ganz kurz weg. Wir wollen ja die Mission hier machen. Das ist zumindest der Plan an der Sache. Da bin ich wieder ein. Ja, danke. Na, komm. Nimm ihn dir aus dem Rennen. Jawoll. Verteidigen wir ihn. Na, komm. Den holen wir uns ja die Lieben da oben. Und dein Kollegen direkt mitkommen. Ich habe die aber beide einen Doppelschlag gekriegt, oder? Nee, nicht. Aber nicht schade. Das ist Gott sei Dank zumindest wieder mein Level. Das stimmt. Oh, Alter. Ich brenne. Oh, Mann. Ich habe Kommen jetzt. Was ist denn hier? Hä? Wer habe ich denn da weggeschaut? Hier hole ich wieder auf die Typen. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah, leck mich doch. Das ist ja da oben. Der wirft die ganze Zeit im Molotov-Cock. Jetzt, oder? So, der ist tot. Hab ihn. Puh. Nein. Da kam noch einer von der anderen Seite. Verdammt. Hätte ich gerne mitgenommen, die Typen. Aber ich... Ja doch, wir müssen. Achso, wir müssen das nochmal neu machen. Boah, diese Scheißgrannen... Oh, leck mich doch. Hau ab von mir, Mann. Ja, genau. Die Granate tritt auf mich im Perfekt. Ha. Aber wir haben jetzt so klar, dass ich die durchs Werfen gehe. Okay. Pass auf, der trifft genau da hinten bei mir. Oh, leck mich doch am Arsch. Das stimmt doch nicht. Die trifft aber auch genau die Typen, ey. So, wer braucht Verstärkung? Ja, okay. Kopfschuh ist tot. Ach, der ist tot. Alles in Flammen! Ach, der ist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Äh, ja. Leck mich doch einmal, Arsch, Alter. Och, geh doch da raus aus der Deckung. Den muss ich doch irgendwie noch kriegen. Geh mal da drauf, Kollege. Ja, komm, nimm mich aus der Deckung raus, Mistgeburt, Alter. Scheiß Charakter. Ich hab keine, keine Waffe. So, der ist tot. Ich hab keine Munition. Komm, komm, komm. Äh, was? Ja, super. Das tun wir jetzt gerade so viel. Das ist doch kacke so, ja. Ja, ist gut. Alles gut, dann räumen wir weiter auf. Alleine macht's irgendwie, geht's. Kann ich dir nicht, hm? Gut. Ja, wirst du mal, dann leck mich doch einmal. Mach das alleine, wenn ich ehrlich bin. Ich mach hier Feierabend. Ich mach hier Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann hoffentlich mal wieder mit irgendjemandem zusammen. Äh, weil irgendwie macht's gerade so. Ist es gerade für mich in meinen Augen Sinn. Weil der Agent ist ja irgendwie ein bisschen unbrauchbar. Und ich hoffe, dass ich mir irgendwie vielleicht ein paar Leute noch hole. Na ja, bis dann. Und tschüss. Also, falls ihr irgendwie Bock habt oder so, mal hast du die Folge gesehen und denkt, hey, da hab ich auch Bock drauf mit dem zu spielen. Dann macht das doch gerne. Dann meldet euch. Dann bin ich nicht alleine. Bis dann. Und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.